Hallo Maxi, hallo Maxi. Ja, freust du dich? Ja, freust du dich? Und, oh ja, hallo. Hallo. Hallo, was? Na, diechen, na, diechen. Und wer ist noch hier? Der Oliver. Der große Wuschel-Oliver. Wuschelchen, Wuschelchen. Ja, die drei sitzen jetzt hier neu zusammen, oder was neu ist, seit ein paar Tagen. Und haben echt Spaß miteinander. Maxi ist auch richtig aufgeblüht hier mittlerweile. Hat sich an den Tierheimalltag gewöhnt und verhält sich mittlerweile altersentsprechend. Am Anfang hat man irgendwie gefühlt gedacht, dass der keine Ahnung wie alt ist. Aber, ja, er bewegt sich jetzt mittlerweile ein bisschen abgenommen. Und, ja, ist echt ein cooler Hund. Lustig drauf. Lustig drauf. Lustig drauf, lustig drauf. Genau. Ist ein Neuzugang hier. Oh, du bist so eine Hübsche, ne? Oh, du bist so eine Hübsche. Ja. Und der Oliver. Auch ein lustiger Kollege hier, ne? Ja, da, 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 da. Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018